UNTERTITELUNG Wenn sich ein Tor zu einer anderen Welt öffnet Wie weit gehst du, um deine Freunde zu retten? Das ist der Vater sie besünden Und bist du sicher, dass du die Wahrheit erkennst? Mit dem Cast von Das Haus Anubis Smudo, Colin Unman-Fernandes und Bert Tischendorf Ich will ein Bart und eine Gesichtsmaske Ich auch, Delia Eine Gesichtsmaske? Das Haus Anubis kommt ins Kino